das gute ding hatten wir jetzt das wird jetzt sagt ich hoffe ihr seid fleißig am teilen wir öffnen das ganze ding hier mal so wollt ihr mal sehen was da drin alles ist zeige ich euch mal so wer es noch nicht kennt hier sind irgendwie so eine kärtchen hat sie jetzt auch am start dann haben wir den chip der ist hier drin nehmen wir mal hier hin natürlich ein handschuh jungs das gute alte ding ist jetzt hier drin nutzen wir das oder benutzen wir das nicht was geht die handschuhe an sagst du benutzt lieber ist ja gut wir machen eine kleine werbeunterbrechung ja jungs hey guck mal weg hier mann du männer wir sind ready ne getränk ist hier hinten brauche ich noch irgendwas nix ich mache das gute ding jetzt auch so wir machen das mal jetzt hier mal auf wir tun das hier rauf so sieht der aus das ist ja voll klein was ist das denn die verarschung bruder hier ist ja richtig viel chill das benutze ich bei meinem nächsten essen du wirst gleich sterben bruder das riecht nach furze digga so ehrlich okay das schöne ding zerhacken wir jetzt okay jungs die kerr mache ich jetzt bisschen höher damit ihr gleich jetzt mein gesicht sehen könnt ist einfach ist 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 halte mich halte mich bereit oder mich ist hier auf jeden fall okay jungs wünscht mir viel glück drückt mir die daumen let's go also jetzt gerade ist es nicht so scharf was fühle ich bro es brennt meine zunge brennt auf jeden fall jungs meine zunge brennt aber ob der die schärfe kommt jetzt gleich erst so es beginnt kommt gleich naja ich merke das auch gerade ein zunge brennt jetzt geht es ab digga oder jungs der magen wird direkt heiß ja meine ganze zunge brennt ich sterbe gerade weil er mein magen geht richtig ab kann ich was trinken jungs ja 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 und mein magen geht richtig ab digga die schärfe ist jetzt nicht das schlimme das schlimme ist drinne jungs digga in meinem magen das geht richtig ab wow ihr wisst gar nicht mein magen brennt jungs ihr wisst gar nicht wie das ist meine ganze fresse brennt macht das auf jeden fall nicht nach jungs wie viel kostet der chip ich habe zwei stück bestellt 21 euro das war es auf jeden fall mit der one chip challenge